Hallihallo herzlich willkommen in meiner Firma Schlossauer Oldorf. Ich habe hier ein Schloss und das ist ein Klasse Schloss. Da soll die Feder defekt sein. Und ich gucke mal eben nach, mache das mal eben auf hier. So. Okay, da haben sie schon einen rumgefummelt irgendjemand. Da ist die Feder und das Blech weg. Auch gut. Gut, okay, dann werde ich da jetzt mal eben was Neues machen. Und das Ganze einbauen, dass es wieder funktioniert, dass sie dem Kunden das wieder zuschicken kann. Das Schloss habe ich wieder zusammengebaut. Und ja, die neue, die andere Feder ist drin. So sieht das Ganze aus. Funktioniert hervorragend. Ja. Geht alles so, wie ich das hätte. Okay, das war es von meiner Seite aus. Was habe ich da gemacht? Ich habe da eine Drahtfehler reingebaut. Das heißt also, eine Drahtfehler ist so eine. So was in der Richtung. Und ja, weil jetzt die andere, die gibt es ja so nicht mehr. Und ich kann die auf diesem kurzen Stück, wie die es nicht biegen. Deswegen manchmal, dann schweiße ich die. Aber ganz oft ist es eben halt, dass ich da eine Drahtfehler reinsetze. Und viele Kunden meinen, ich soll das gerne herschicken. Das Problem ist bloß nochmal, die wird nicht so, wie sie sein soll. Und das braucht ein bisschen, ja, geschickt, um die da reinzusetzen. Weil die fliegt immer raus und solche Geschichten. Gut, aber auf alle Fälle ist das jetzt erstmal wieder in Ordnung. Schicke das dem Kunden zurück. Und dann freue ich mich schon wieder auf mein nächstes Objekt. Projekte.